Jetzt erzähl doch mal, Lilly. Was hast du denn so vor, hm? Ach, ich dachte, schau mir einfach noch mal Frankfurt an. Ist alles gerade besser als Bad Füssing. Hm. Das ist so krass. Warum ist das krass? Ari meinte, es ist krass, dass du hier bist und nicht in Bad Füssing. Ich wollte noch mal Wasser holen. Kommst du mit, Harry? Auf keinen Fall. Ähm, Lilly hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Andi, du könntest ihr doch mal...